Ja schönen guten Abend und guten Morgen hier ist euer Lord Titan alias und ich mache noch einen kleinen Testplit im Crazy4Life bei Holvillies Sendung und wenn es euch gefällt dann hinterlasst doch mal Kommentare oder ja Nikes oder sonst was weil dann weiß ich Bescheid dass ich bei Events oder Veranstaltungen gerne dann mal Videos mitschneide und die hier bei euch in der Crazy4Life oder eben in den Crazy4Life Gruppen posten Schönen Abend noch oder was wir auch haben wenn ihr es seht euer Lord Titan